Ich schaue ja manchmal ganz gern öffentlich-rechtliches Fernsehen. Jetzt nicht aufregen, ich weiß, das ist für euch schon das rote Tuch ohne Ende, wenn das jemand sagt. Wir werden heute reden über MyThinkX und SWR Marktcheck. Ja, da habt ihr jetzt nicht damit gerechnet, aber manchmal bin ich ja doch für Überraschungen gut. Über MyThinkX habe ich ja schon mal was gesagt. Ich habe erklärt, dass ich eigentlich MyLab den YouTube-Kanal mochte und MyThinkX die Show nicht. Jetzt habe ich halt mal wieder in ein paar Folgen reingeschaut, ich konnte sie nicht ganz komplett ertragen. Mein Problem gerade ist, und da könnt ihr jetzt auch gerne anderer Meinung sein und das ein bisschen artikulieren. Wir wissen, von wem wir reden. Ich weiß, viele von euch mögen sie nicht und ich weiß, jetzt kommt gleich wieder diese ganze Corona-Diskussion und so weiter. Gehört hier überhaupt nicht her. Spielt hier jetzt bei der Diskussion für mich überhaupt keine Rolle. Aber jetzt versucht man, meinem Gedankengang zu folgen. Ich kenne ja schon einige Sendungen aus der Wissenschaft, die man mit einer Person direkt verbindet. Also Abenteuerforschung war zum Beispiel Bublat. Hier auf unserer Erde gibt es ja auch noch viel dazu zu lernen. Korks und Co. war damals Ranga Yogeshwar und so weiter. Das hat man assoziiert. Traut nicht euren Augen, traut mir. Das war eigentlich auch ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal dieser Folgen. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass Bublat mal eine Pause gemacht hat, wo er dann von jemandem ersetzt wurde. Aber es waren auch keine Live-Shows, es waren ja Aufzeichnungen. Beim Ranga, gut, der hat es dann geschafft, sich dann später andere Leute hier reinzuholen. Das stimmt schon. Aber man nahm auch denen jeweils ab, dass sie wissen, was sie erzählen und dass das Hand und Fuß hat. So, jetzt sind wir an einem ganz komischen Abzweig jetzt hier angekommen. Vielleicht auch gesellschaftlich. Mai, der ich ja ihre wissenschaftliche Arbeit überhaupt nicht absprechen möchte und deren YouTube-Kanal ich deswegen schätzte, weil bestimmte Sachen recherchiert wurden. Eigentlich wurde alles mehr oder weniger recherchiert, sie konnte es belegen. Das ist für mich die Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens. Das hat sie für mich verkörpert als Gesicht und sie konnte es auch so vortragen, dass es angenehm zu gucken war. Wer bist du, Mai? Was machen diese Clay-Cracking-Videos auf TikTok mit dir? Warum beströgt dich dieses seltsame Gefühl von Wärme, wenn die glänzende Schale knackend aufbricht? Die Show bezeichne ich immer noch als überproduziert und für mich auch völlig unverständlich überproduziert, weil die für mich jedes Leben verloren hat, in dem Moment, wo Leute nur noch relativ hirnlos vom Teleprompter ablesen dann. Die haben dann solche Versprecher gerade nicht drin, weil sonst würde man halt den Teil nochmal drehen. Man erkennt es auch daran, dass die Leute dann immer, egal wie sie den Kopf drehen, immer auf ihren Teleprompter starren. Wobei man ja schon annehmen könnte, dass wir heutzutage über Computer bzw. künstliche Intelligenz, KI, verfügen, die Ampeln erkennen können. Ich meine, wir haben doch selbstfahrende Autos. Während ich könnte jetzt auch hier irgendwo hingucken und weiterreden. Ich versuche aber wenigstens euch ja Breckerl ins Gesicht reinzuschauen. Also, das ist eigentlich eine Linse. Voll der Geheimtrick, wisst ihr vielleicht nicht, aber das ist eine Linse, wo ich reingucke. Ich sehe euch nicht wirklich. Ja, das ist für einige wahrscheinlich ungewohnt. So, MyThinkX, die Show, ist komplett überproduziert und ich behaupte auch, dass diese Publikumsschnitte oft fake sind, in dem Sinn, dass die Zeit nicht stimmt. Weil für mich ist die Abfolge zum Beispiel von Witzchen und zu dem Lachen im Publikum passt manchmal nicht. Irgendwie habe ich da ein gewisses Gefühl und das stimmt nicht überein. Wahrscheinlich wollen sie es damit rasanter machen. Aber ich finde auch oft diese Einspieler mit ihren geplanten Wissenschaftsassistenten etwas gewollt und wenig gekonnt. Inhaltlich habe ich keine Einwände. So, kann man ja mögen. Kann man ja sehen, wie man es auch immerhin sehen will. Aber es war für mich auf jeden Fall eine Show, wo jemand mit wissenschaftlichem Hintergrund etwas Recherchiertes zeigt und man dieser Person dann abnimmt, dass sie das versteht oder wiedergeben kann. Jetzt sehe ich halt hier Oliver Welke zum Beispiel als Vertretung von Mai in Mais Babypause. Und sie macht sich halt vorher noch so in einem kleinen Einspiel am Anfang, ja nicht drüber lustig, aber sie führt dann in das Thema ein, übergibt dann so zu dem Stab an ihn und an mehrere andere Leute, von denen ich nicht mehr alle kenne, muss ich zugeben. Hallo meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen, Mai hat tatsächlich noch einen Menschen in diese Welt gesetzt. Verantwortungslos, genau. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Und hier fällt halt umso mehr auf, dass dieses Abgelesene mich mehr und mehr stört. Und ich frage mich jetzt halt, was heißt jetzt das für die Wissenschaft, wenn man so eine Show so verallgemeinert hat, dass es eigentlich wirklich nur noch eine Show ist. Ich weiß nicht, jetzt habe ich mich vielleicht etwas seltsam ausgedrückt, aber ich habe da ein bisschen ein Problem, wenn Oliver Welke die Wissenschaftsshow macht. Der andere Kaspar, den kannte ich nicht und die zwei Mädels, da müsste ich jetzt auch erst die da noch vorher... Ach so, ja, die Mädels, den hat man... Ich habe es gleich, ich habe es gleich. Bleibt bei mir. Hazel Brügger, Brügger, sorry. Ich freue mich sehr, dass ich Mai in ihrer Elternzeit vertreten darf. Natürlich mache ich das Ganze nicht ohne Hintergedanken, denn bald bin auch ich in Elternzeit. Und ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass Mai mich dann dafür auch vertritt. Das ist Komödie. Also, ich weiß nicht, was das für mich als Message beinhalten soll. Das ist doch irgendwie in meinem Kopf komplett kaputt. Und ich habe da natürlich das Interesse verloren. Ach, Eva Schulz hat auch noch was gemacht. Hat die eigentlich schon irgendeine Sendung gemacht, die mal erfolgreich war oder hatte immer nur Ideen? Aber ich bewege mich zu weit aus dem Fenster. Wechseln wir ganz elikant das Thema zum SWR-Marktcheck. SWR, wo sind wir daheim? Das ist doch jetzt... Aber jetzt können Sie alle mitreden. Das ist doch so eine Geschichte, oder? Das ist doch auch typisch deutsches Fernsehen, oder? Was haben Sie gemacht? Sie haben zum Beispiel über Wasser geredet. Ich muss gerade nochmal gucken, was es sonst noch war. Jetzt hat er, ich muss nochmal geschwind nachschauen. Also, es gab eine Sendung um Wasser, die ich angeschaut habe. Ein über Waschmittel und ein über Wasser warm machen. Energiesparend und so und so. Gut, fangen wir mit dem Waschmittel an. Beachtet bitte, die Sendung geht jeweils etwa 45 Minuten. Ich habe es natürlich in diesem Internet angeschaut. 45, 5, das ist diese Dreiviertelstunde. Also Stunde ist, das kennt ihr inzwischen, der Tag hat 24 davon. Davon geht diese Sendung eine Dreiviertelstunde. Es geht über Waschmittel. Welche nehmen, wie, wieso, weshalb, warum? Ich habe so in meinem Kopf gedacht, ist eigentlich wurscht, welches man nimmt. Nimm halt nicht mehr als notwendig. So in der Richtung. Flüssig ist schlechter als das andere. Das war es dann schon. Und jetzt könnt ihr mich totschlagen. Manche von euch wollen das ja vielleicht. Viel mehr kam in dieser Sendung auch nicht raus. Und ihr wisst ja, wie so eine typische Sendung im Dritten, so eine Wirtschaftssendung, so eine Verbraucherwirtschaftssendung aufgebaut ist. Das geht immer los mit Familie Dimpfelmoser, hat ein Problem. Sie haben dreckige Wäsche. Oh, wir haben dreckige Wäsche. Ja, er möchte natürlich das harte XY-Mittel nehmen. Sie hingegen würde gerne dieses Mittel verwenden. Er möchte eine neue Waschmaschine. Sie denkt, eine neue Waschmaschine bringt nichts. Weil Geld und so weiter. Gut. Schnitt. Wir haben in einem Labor Waschmittel testen lassen. Irgendwelcher zerschneidet irgendwelche Textilfetzen und kriegt nachher raus, dass alle ungefähr gleich waschen, bis auf irgendwie die Faserpflege. Ist leicht unterschiedlich. Irgendein Professor in irgendeinem Laborkittel wird zwischendurch mal gefilmt, wie er mit irgendeiner Pipette macht. Und dann im Laborkittel noch, weil sonst wirkt er nicht glaubhaft, vor einem Tisch oder hinterher, wie auch immer, auf jeden Fall Labor, müsste ich, müsste man so ein Labor einblenden und meinen Kittel überziehen. Dann erklärt er irgendwas. Wir schneiden zurück zu der Familie, die wir im Supermarkt sehen und die vor diesen Regalen auf- und abflanieren. Und ich denke mir nur, wie viel hat denn euch jetzt das gekostet, dass ihr in dem Supermarkt auf- und abflanieren könnt? Wenn sie wählen, irgendwelche Waschmittel, werden dann beraten von irgendeiner selbsternannten Expertin in Hinsicht Waschmittel. Wir sind wieder bei irgendwelchen Experten, die wieder irgendwas anderes untersuchen. Und wir sind vielleicht bei irgendeiner Öko-Tante, die gerade über irgendwelche Abbauprodukte von Waschmitteln philosophiert. Am Ende kriegen wir raus, es ist alles mehr oder weniger gleich. Aber es ist ein völlig unterschiedlicher Bedarf an Geld, den ihr das Waschmittel erzeugt. Ich kriege dann schon die Krise. Dann irgendwann müssen wir natürlich wieder auf unsere Familie dann zurückschalten. Die Moderatorin hat auch wieder passend immer wieder ihr Gewand gewechselt, damit es so aussieht, wie wenn sie wirklich am Ende nochmal zu dieser Familie geht und nicht wahrscheinlich alles, behaupte ich mal frech, in einem Stückel gedreht hat. Wäre viel logischer. Die konfrontiert dann die Familie mit den Ergebnissen und die sagen dann, sie würden das auch mal probieren. Und das wäre ja ganz erstaunlich. Gut, wie gesagt, am Ende kommt da nicht viel mehr raus. Deswegen habe ich mir gedacht, ah, Wasser veredeln. Ganz interessante Geschichte. Interessiert mich auch, was sagen denn die? Meine Meinung ist ja, das Hanawasser taugt. Für die Kaffeemaschine kann man es durch den Filter lassen. Aber sonst braucht man eigentlich nicht viel mehr. Der kommt drauf. Bei denen kommt auch nicht viel mehr raus. Allerdings, sie haben diesmal eine Sportlerfamilie interviewt. Die wollen sich das Wasserschlepp sparen und sie wollen sich sparen, also am Wasser sehr viel sparen. Die erste Frage, die riesige Entscheidung ist, welchen Wassersprudler kaufen wir? Natürlich gehen wir jetzt in einen Markt mit einem Fachberater. Dazu brauchen wir einen Fachberater mit dem Wassersprudler. Der kommt dann auf diese unglaubliche Erkenntnis, dass die Wassersprudler unterschiedliche Preise haben und möglicherweise nicht alle Kartuschen kompatibel sind. Und dass eine Entscheidung fürs Leben ist, welchen Wassersprudler man nimmt, weil die Kartuschen unterschiedlich kosten. Zwischendurch gibt es einen Test. Und zwar einen Test ob der Sprudeligkeit. Das Einzige, was ich da gelernt habe, ist, dass man wirklich die CO2-Menge in Gramm relativ leicht messen kann. Sie testen aber dann, nach wie viel Drücken irgendwie das mehr sprudelt. Aber eigentlich könnten sie auch sagen, na gut, dem einen wird halt mehr durchgesprudelt pro Drücken und so weiter. Naja, wir betreten ein Wasserwerk und gucken in das Becken und sind hochgradig beeindruckt, wie sauber das Wasser ist und wie viel Wasser so ein Dorf pro Zeiteinheit verbraucht. Aber unser Wasser ist sicher und unser Wasser ist gut. Dann fragen wir noch irgendeinen im Laborkittel, wir kennen das ja, ob diese Ablagerungen im Wasserkocher, ob die nicht super, super gefährlich und schädlich sind. Wir diskutieren dann darüber, ob diese Mineralstoffe, mit denen ja auf den Sprudelflaschen, bei uns sagt man Sprudelflaschen dazu, hinten draufstehen, Magnesium, Calcium und so weiter, die werden ja als Pro angepriesen, dass diese eigentlich dieselben sind wie im Wasserkocher. Nein, Dieter Bürki würde jetzt diesen Kalk nicht mögen, weil Lochfraß und so weiter. Der Kalk kann zum Beispiel in die Isolation dieser Heizspirale ein Loch hinein fressen. Man spricht dabei von Lochfraß. Aber in dem Fall ist es wurscht, weil wir haben ja einen Wassersprudler und unsere kleine Familie ist dann so begeistert, als sie dann lernt, dass das Wasser eigentlich aus dem Hana das beste Wasser ist, wenn man sprudelt. Und sie können viel Geld sparen und wir probieren das mal. Dann kommen wir zum Thema Wasserfilter und es kommt natürlich völlig überraschend raus, dass es da eine gewisse Verkeimungsgefahr gibt, wenn man sich nicht so komplett an alle Anweisungen hält. Deswegen lassen wir das mal lieber. Ich habe gesagt, naja, für die Koffeemaschine kann man sich ja nicht mehr. Und am Ende des Tages haben wir halt dann dieser Familie einen Wassersprudler mit ein paar CO2-Kartuschen verkauft. 45 Minuten. Und das ist für mich ein Zeichen oder ein Indiz oder ein Symptom, was da falsch läuft. Wer gibt sich denn das? Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher. Nein, sie machen keine Verkostung in der Fußgängerzone. Die kommt nämlich meistens auch noch in der Mitte. Sie machen nämlich eine Verkostung in der Küche. Gut, da haben sie Geld gespart. Und interessanterweise bekommt natürlich der Mann des Haushaltes, der behauptet, er könnte ganz sicher das Gute, also das Billige von dem schlechten Wasser unterscheiden, natürlich verarschend sein und er hat keine Ahnung. Sonst, den Punkt habe ich vergessen, gibt es eigentlich auch immer eine Verkostung in der Fußgängerzone, wo man sehr viele Leute dann fragt, was schmeckt euch dann am besten? Das ist aber eigentlich bei diesen anderen Lebensmitteltests immer ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob die das alles am Stück machen oder ob es da schon irgendwelche Leute gibt, die da schon bereitstehen, so, heute kommt bitte irgendein Marktcheck, haben wir Hunger, oder? Komm, das stellen wir uns mal in den Fußgängerzone, da gibt es garantiert etwas zu messen für wenig Geld. Ich weiß nicht, ob die Leute was dafür kriegen, dass sie bei dem Schmarren mitmachen, aber am Ende des Tages muss ich sagen, Leute, drei Viertelstunden, aber ich habe es ja ins Hirn gekackt. Also es ist echt unglaublich. Dann gab es eine andere Variante, die war etwas kürzer und die hatte schon den Hang dazu, etwas richtig zu machen. Da ging es nämlich darum, welche Wassermengen man in der Mikrowelle, auf dem normalen Herd, im Wasserkocher und am Induktionsherd, welche da sinnvoller wären. Ehrlich gesagt, das Experiment brauche ich gar nicht machen. Mikrowelle hat einen relativ großen Energieverlust, lauter Lüfter, großer Energieverlust, kleine Wassermengen besser in der Mikrowelle. Der Herd hat einen gewissen Temperatur-Offset, einen Energie-Offset, den er abstrahlt und muss eine gewisse Masse warm machen. Nicht ganz ideal. Der Wasserkocher hat fast 100 Prozent, die er in das Wasser reinschiebt an Energie. Kleiner Insider-Tipp. Man sollte aber natürlich nicht warten. Nämlich die Endzeit ist immer das Problem, die man da definiert. Man sollte halt nicht warten, bis er automatisch abschaltet. Das geht schon, aber man kann auch schon früher abschalten, weil beim Abschaltpunkt wird ja erst erreicht, wenn es siedelt und dann dieses heiße Wasser wieder zurückgeführt wird. Dann haben sie aber irgendetwas gesagt, wo ich sagen würde, das stimmt nicht, dass es Fälle gibt, in denen der Induktionsherd effizienter ist als der Wasserkocher. Gleiches Spiel mit dem Wasserkocher. Da haben wir also jetzt 0,041 Kilowattstunden. Aber das heißt, das war energieeffizienter jetzt in dem Moment? Das liegt einfach daran, weil der Wasserkocher 100 Prozent der elektrischen Energie umsetzt in Wärmeenergie. Im Unterschied zur Mikrowelle. Die braucht noch Energie, um das elektromagnetische Feld zu erzeugen. Wenn man die gleiche Menge Wasser auf einem normalen E-Herd warm macht, wird mehr Energie benötigt als in der Mikrowelle. Der Topf strahlt natürlich auch Wärme ab. Das gilt aber nicht für einen Induktionsherd. Dieser ist in unserem Test sogar noch effizienter als der Wasserkocher. Hier haben wir einen Verbrauch von gerade mal 0,03 Kilowattstunden gemessen. Das müssten wir mal physikalisch erklären. Das halte ich für sehr, sehr fraglich. Also quasi unmöglich. Wie gesagt, der Wasserkocher bringt beinahe 100 Prozent der Energie rein. Bei der Mikrowelle ist es halt so, deswegen ist eigentlich da auch die Auslage falsch. Eigentlich ist auch der Wasserkocher effizienter als die Mikrowelle. Aber in der Praxis ist es halt so, in der Mikrowelle machst du dir deine... Alles schmeckt besser aus dieser gelben Tasse. Du machst dir halt genau diese Wassermenge in der Mikrowelle heiß, die du auch brauchst. Im Wasserkocher, wir gehen es alle, machen wir meistens mehr Wasser heiß. Also nicht, dass mehr Wasser heiß, sondern mehr Wasser heiß, als wir brauchen. Das kann man relativ simpel sagen. Ich werde auch vielleicht mal ein Video zu dem Thema machen. Leute, ihr habt so aufgeplusterte Reportagen, dass ich mich echt frage, wo ihr das Geld vernichtet. Da wäre es wieder besser, wenn ihr einen dahergelaufenen YouTuber nehmen könntet, wie auch immer, dem ihr ein bisschen Geld ins Gesicht schmeißt und dann diese Sachen geschwind dokumentieren lasst. Aber vielleicht bin ich auch nicht mehr die Zielgruppe. Vielleicht ist es wirklich so, dass in der Generation, die diese Sendungen konsumiert, eben auch diese Geschwindigkeit der Information, langsam kann ich nicht mehr reden, Übertragung, die richtige Geschwindigkeit ist. Ich kann es nicht aushalten, selbst auf YouTube, wo ich es mit 1,5-fach abspielen kann. Jetzt sagt es mir mal, schaut ihr sowas noch? Könnt ihr euch da auch noch genauso drüber aufregen? Ich halte es kaum aus. Und ich glaube, damit können wir uns jetzt mal wieder für heute verabschieden. Ich frage mich nicht mehr, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk so unbeliebt langsam wird. Jedenfalls in meiner Generation und jünger, das kannst du eigentlich nicht mehr geben. Ich frage mich echt, wo die ihr Geld versenken. Bis zum nächsten Video. Servus. Das war es für heute. Danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.